Und jetzt sehen wir, alle unsere Sensoren mit Null werden in Cyan dargestellt, die Gräser mit dem Wert 5 in Rot und Roggen mit dem Wert 1 in Grün. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir heute mal mit euch ansehen, wie man Informationen zum aktuellen Pollenflug in Home Assistant anzeigen lassen kann. Den deutschen Wetterdienst kennen wahrscheinlich die meisten von euch, aber ich könnte mir vorstellen, dass diesen viele einfach nur mit Wetterwarnung, Wetterdaten als solches in Verbindung bringen, aber diese bieten uns eben auch Informationen zum aktuellen Pollenflug an. Und dieser lässt sich eben auch in Home Assistant einbinden und darstellen. Und was man dafür tun muss, um diese Informationen übersichtlich anzuzeigen, das schauen wir uns im heutigen Video einmal gemeinsam an. Wenn euch meine Videos zu Home Assistant und Co. gefallen, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Ansonsten habt ihr natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, meine Arbeit hier zu unterstützen, zum Beispiel durch die Verwendung meiner Affiliate-Links. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr also was bei Amazon oder Ebay bestellen möchtet, klickt doch vorher eben einmal kurz auf einen dieser Affiliate-Links. Ich bekäme dann eine kleine Provision für eure Bestellung. Ihr zahlt natürlich weiterhin das Gleiche, kostet euch also nicht mehr. Ihr würdet mich aber damit riesig unterstützen. An der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Und falls ihr mich kontinuierlich unterstützen möchtet, dann habt ihr natürlich auch dafür die Möglichkeit. Und zwar könnt ihr jetzt auch hier unten neben dem Abonnieren-Button auf Mitgliedschaft klicken und Mitglied dieses Kanals werden. Was das genau heißt, erkläre ich da auch nochmal in einem kurzen Video. Schaut es euch gerne mal an, vielleicht ist was für euch dabei. Würde mich freuen, würde mich riesig unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem Video. Ja, hier sind wir jetzt auf der Homepage des Deutschen Wetterdienstes. Wetter und Klima aus einer Hand und eben auch die Informationen über Pollen. Hier sehen wir erstmal ein paar allgemeine Informationen. Und hier unten können wir lesen, dass der Deutsche Wetterdienst uns Informationen für die acht allergologisch wichtigsten Blütenpollen liefert. Und das sind Hasel, Erle, Esche, Birke, Gräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia. Und diese Daten sind nochmal unterteilt in 27 Gebiete innerhalb Deutschlands. Hier unten sehen wir das Ganze auch nochmal in einer Karte veranschaulicht. Und diese Daten werden ebenfalls mittels einer Restschnittstelle zur Verfügung gestellt. Und zwar nutzen sie dafür den Serverdienst Open Data. Alle Informationen dazu findet ihr auch nochmal hier auf dieser Seite. Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und hier auf der rechten Seite unter Zugang gibt es auch einen Link zum Open Data Server. Da gehen wir jetzt einmal drauf und dann sehen wir jetzt hier den Index. Und was uns jetzt für die Pollen interessiert, ist der Punkt Climate Environment. Davon der Unterordner Health. Und hier der Punkt Alerts. So und hier finden wir jetzt eine Datei s31fg.json. Und diese enthält alle Informationen zu unseren Pollen. Wie ihr seht, das Ganze ist im JSON-Format hier hinterlegt und wird kontinuierlich aktualisiert. Das heißt, diese Daten, die werden wir jetzt in unser Home Assistant einbinden, aufbereiten und grafisch darstellen. Gehen wir also mal in unser Home Assistant und wechseln hier in den File Editor. Hier gehen wir jetzt in die Datei sensors.yaml. In meinem Fall ist sie jetzt schon geöffnet. Ansonsten findet ihr sie hier oben in der Dateiauswahl. Solltet ihr keine Sensors.yaml haben, könnt ihr natürlich auch das Ganze in der Configuration.yaml unter dem Punkt Sensors einfach eintragen. Ich empfehle aber immer, eine Datei sensors.yaml anzulegen und in der Configuration.yaml dann den Eintrag sensor.doppelpunkt, Leertaste Ausrufezeichen, include Leertaste sensors.yaml anzugeben. So bleibt die Configuration.yaml relativ übersichtlich und alle Sensoren werden somit ausgelagert in die Datei sensors.yaml. Wechseln wir also wieder in die sensors.yaml und legen jetzt mal hier unseren ersten Sensor an. Und zwar müssen wir jetzt als allererstes mal einen Sensor erzeugen, der generell die Daten hier von opendata.dwd.de abruft. Das Abrufen machen wir mit einem Restsensor. Also schreiben wir jetzt hier Plattform-Rest. Dann können wir hier direkt angeben, wie oft er die Daten abrufen soll. Das machen wir mit Scan-Intervall-Doppelpunkt und ich sage jetzt hier einfach mal alle 3600 Sekunden. Das sollte für die Polleninformationen dicke ausreichen. Dann geben wir dem Sensor mal einen Namen und sagen jetzt hier DVD-Leertaste-Pollen. So und jetzt geben wir ihm einmal an, wo er denn die Daten abrufen soll. Und das machen wir mit Resource. So und als Resource, da kopieren wir jetzt hier diese URL rein. Und somit weiß der Sensor jetzt schon mal, wo er unsere Daten herholen muss. Wie eben erwähnt, unterteilen sich diese Daten hier aber ja in verschiedene Abschnitte. Heißt, wir müssen jetzt auch noch angeben, welche Region uns denn interessiert. Und das können wir mit einem JSON-Attribute-Path machen. Diese JSON-Attribute-Path-Angabe sieht wie folgt aus. So und mit diesem Eintrag sorgen wir dafür, dass alle Einträge aus dieser JSON-Datei gefiltert werden auf Part-Region gleich 42. Heißt, wenn wir jetzt hier mal nach 42 suchen, sehen wir hier die 42 und sehen davor Part-Region-ID. Heißt, das ist so ein Eintrag, der von diesem Sensor abgerufen würde. Jetzt müssen wir ihm noch sagen, welche Attribute uns denn interessieren. Wir erinnern uns, wir bekommen hier Informationen zu acht verschiedenen Pollen. Und genau diese können wir hier angeben. Das Ganze machen wir mit JSON-Attributes. Das sieht dann so aus. Und hier seht ihr alle acht möglichen Einträge. Ihr könnt hier natürlich auch nur die Erle oder nur Gräser oder was auch immer euch interessiert angeben. Ich trage jetzt hier als Beispiel einfach mal alle möglichen acht Werte ein. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Value-Template. Und das sieht wie folgt aus. In Anführungszeichen, wie immer die doppelte geschweifte Klammer. Und darin schreiben wir einfach Value-JSON.Last-Update. So, und das war's auch schon. Das ist unser erster Sensor, der uns jetzt erstmal alle relevanten Daten aus der eben gezeigten JSON-Datei abruft, die uns interessieren. Wir speichern das Ganze mal. Und damit der Sensor jetzt von Home Assistant erkannt wird, starten wir mal eben das System neu. Dafür gehen wir auf Einstellungen, Server-Steuerung, prüfen einmal die Konfiguration. Oh, ein R vergessen. Muss natürlich Scan-Intervall heißen. Einstellungen, Server-Steuerung, prüfen. Jetzt ist die Konfiguration in Ordnung und wir starten mal eben neu. Home Assistant ist neu gestartet und wir schauen mal in die Entwickler-Werkzeuge. Suchen jetzt hier mal nach DVD und sehen jetzt hier DVD-Pollen. Wenn wir da mal draufklicken, dann sehen wir jetzt hier, liefert uns dieser Sensor eine Liste von allen acht Pollenarten mit jeweils drei Unterinformationen. Day After To, Tomorrow und Today. Wir sehen, das Einzige, wo der Sensor gerade quasi ausschlägt, ist aktuell bei mir Gräser und Roggen. Gräser sind heute und morgen auf einem Wert von 2 bis 3 und Roggen auf 0 bis 1. Die Daten sind zwar schon ganz schön, aber so natürlich noch nicht direkt in Home Assistant zu gebrauchen. Also legen wir jetzt noch einmal acht weitere Sensoren an, die diese Daten weiterverarbeiten und für uns bequemer nutzbar machen. Dazu gehen wir wieder in den File Editor, in die Datei Sensors.yaml und hier brauchen wir jetzt einen neuen Template-Sensor. Den habe ich schon einmal vorbereitet. Das ist mir sonst doch ein bisschen viel zum Tippen. Das hier ist jetzt das Template für die Werte zur Erle. So, und was macht der Sensor? Wir haben auch hier ein Value-Template. Und dieses Value-Template wertet erstmal die Daten von unserem Sensor-DWD-Pollen aus, den wir eben hier oben angelegt haben. Und zwar holt er sich mit StateAttribute von unserem Sensor-DWD-Pollen den Eintrag Erle und davon den Unterpunkt Today. Diesen Wert schreibt er dann in die Variable DWD-State und diese prüft er dann hier unten. Und zwar sagt er, wenn DWD-State 3 ist, dann liefert der Sensor eine 6 zurück. Wenn der Wert DWD-State 2 bis 3 ist, dann liefert er eine 5 zurück. Bei einer 2 liefert er eine 4, bei 1 bis 2 eine 3 und so weiter. Heißt, eigentlich macht dieses Value-Template nichts anderes, als sich den Wert Today aus einem der Pollen-Informationen, in dem Fall Erle, zu holen und den darin befindlichen Wert umzuformatieren. Denn 2 bis 3 und 1 bis 2 und 0 bis 1, das sind halt Werte, mit denen kann man nicht so bequem arbeiten, wie mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir hier noch zwei Attribute-Templates und zwar einmal für Today und einmal für Tomorrow. Wenn wir uns einmal den Eintrag bei Today ansehen, dann sehen wir schon, das ist eigentlich genau das gleiche wie unser Value-Template. Und der Eintrag bei Tomorrow unterscheidet sich eigentlich nur darin, dass hier hinten eben Tomorrow steht und nicht Today. Und damit sorgen wir einfach dafür, dass dieser Sensor als Attribute eben auch nochmal den Wert für Today, aber auch den Wert für Tomorrow liefert. Heißt, der Zustand dieses Sensors ist immer unser aktueller Pollenwert und in den Attributen haben wir einmal den Wert für heute und für morgen. So, und diesen Eintrag, den müssen wir jetzt noch einmal kopieren und dann haben wir zum Beispiel noch den Wert Beifuß. Den müssen wir jetzt hier in allen vier Einträgen ersetzen, dann einmal den Sensornamen anpassen und das gleiche müssen wir jetzt auch noch für die anderen sechs Sensoren machen. So, und jetzt haben wir hier acht Template-Sensoren, die die Daten von unserem Sensor-DVD-Pollen weiterverarbeiten und uns daraus entsprechend nutzbare Sensordaten liefern. Ich starte nochmal eben Home Assistant neu, prüfe vorher nochmal eben die Konfiguration und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, Home Assistant wurde neu gestartet und wir gehen wieder in die Entwicklerwerkzeuge und schauen jetzt mal, was wir hier an neuen Sensoren haben. Wir suchen dafür wieder nach DVD und jetzt sehen wir hier unseren Sensor-DVD-Pollen und zusätzlich die neuen Sensoren für unsere acht Pollen an. Nehmen wir zum Beispiel mal den Sensor für Gräser. Wir erinnern uns, dieser hatte einen Wert von 2 bis 3 und hier können wir jetzt sehen, der Zustand ist jetzt 5. Und hier seht ihr auch nochmal die Attribute Today 5, Tomorrow 5. Heißt, unsere Sensoren sind jetzt fertig und einsatzbereit, also binden wir diese doch einmal in die Oberfläche ein. Dafür gehen wir in die Übersicht. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf meinen Reiter Test, sage hier oben Benutzeroberfläche konfigurieren, Karte hinzufügen und wähle einfach mal die Karte Elemente. Die Standardeinträge schmeiße ich jetzt hier mal raus, suche jetzt hier unten wieder nach DVD und klicke jetzt hier einfach mal der Reihe nach die acht Sensoren eben rein. So, jetzt haben wir die ganzen Daten zumindest schon mal bei uns auf dem Dashboard, aber ich persönlich finde diese Art der Anzeige jetzt noch nicht so schön, beziehungsweise ich finde zumindest die Werte, die jetzt hier auch wirklich größer 0 sind, die sollten in irgendeiner Form hervorgehoben werden. Da gibt es natürlich sicher auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich nutze dafür gerne die Integration Barcard aus dem Hex Store. Also wechseln wir mal nach Hex, gehen hier auf Frontend und sagen hier unten mal Durchsuchen und Hinzufügen von Repositoris. Und hier suche ich jetzt mal nach Barcard. Hier ist sie schon, diese wähle ich einmal aus und klicke hier unten auf Installiere dieses Repository in Hex. Bestätige das Ganze nochmal mit Installieren. So, und jetzt sagt er uns noch, dass wir den Browser Cache einmal leeren müssen. Das können wir tun mit Klick auf Neuladen. So, und somit ist unsere Barcard hier in Hex installiert und wir können sie sofort benutzen. Gehen wir also wieder in die Übersicht auf den Reiter Test, sagen wieder Benutzeroberfläche konfigurieren und fügen eine neue Karte hinzu. Wenn wir jetzt hier nach Bar suchen, sehen wir hier Benutzer definiert Barcard. Das wählen wir einmal aus und dann seht ihr hier auch schon, können wir hier unsere Entitäten auswählen. Tragen wir hier also als erstes einmal ein sensor.dwd-pollen-ambrosia und dann sehen wir hier auch schon auf der rechten Seite in der Vorschau wird unser Ambrosia-Sensor angezeigt. Dann haben wir hier unten das Pluszeichen. Also eigentlich wäre es ein Pluszeichen. Ich weiß nicht, warum er bei mir das MDI-Logo nicht anzeigt, aber wir klicken hier mal auf dieses Plus und können jetzt weitere Sensoren anlegen. Ich kopiere mir dafür mal den Anfang des Sensornamens. Der ist ja immer gleich. Schade, dass hier keine Auswahl der Entitäten möglich ist, aber machen wir einfach mal weiter. Das Ganze hieß dann Beifuß. Legen wir einen dritten Sensor an für die Birke. Das vierte war die Erle. Dann haben wir noch die Esche. Was wohl die meisten interessiert, sind die Gräser, Hasel und zuletzt den Roggen. So, jetzt hätten wir schon mal alle unsere acht Sensoren in dieser grafischen Karte integriert. Wir sehen jetzt hier auch schon die Ausschläge, aber wenn man jetzt mal überlegt, dass 6 der höchste Wert ist, dann ist dieser Ausschlag bei 5 natürlich irgendwie nicht so besorgniserregend, wie der Wert 5 eigentlich sein sollte. Und um das jetzt noch entsprechend hervorzuheben, wechseln wir jetzt mal in den Code-Editor. Dafür klicke ich hier unten auf Code-Editor anzeigen. Und jetzt sehen wir hier die Definition der Custom Card, die wir gerade eben erstellt haben. So, damit man das Ganze jetzt besser sieht, was wir machen, fange ich jetzt mal bei dem Punkt Gräser an, denn wir müssen jetzt alle acht Sensoren erweitern. Und zwar sagen wir ihm jetzt erst mal, was der kleinste und größtmögliche Wert dieses Sensors ist. Das machen wir mit Min Doppelpunkt 0 und mit Max Doppelpunkt 6. So, und dann sehen wir direkt, der Balken springt hier nach vorne und das sieht doch schon direkt wieder plausibler aus, denn wir wissen, hier ist die 6 und dann passt das vom Verhältnis von den Proportionen dieses Balkens auch direkt viel besser ins Schema. Dann können wir ihm hier zum Beispiel noch angeben, dass wir keine Dezimalstellen haben möchten. Das können wir einfach machen mit Dezimal 0. Und jetzt können wir das Ganze sogar noch einfärben. Das machen wir mit Severity. Und zwar müssen wir jetzt für jede Farbe, die wir haben möchten, einen eigenen Eintrag unter Severity erstellen. Das machen wir mit Minus From Doppelpunkt. Und wir sagen mal, wir starten bei 0. To ist ebenfalls 0. Und dann hätten wir gerne die Farbe Cyan. Diesen Eintrag kopiere ich jetzt einfach dreimal. Und dann sagen wir von 1 bis 1 hätten wir gerne in grün, von 2 bis 4 in gelb und von 5 bis 6 in rot. Und wir sehen, unser Gräser-Sensor wird jetzt in rot dargestellt. So, und diesen ganzen Block, den kopieren wir jetzt einfach unter jeden unserer Entity-Einträge. Und jetzt sehen wir, alle unsere Sensoren mit 0 werden in Cyan dargestellt, die Gräser mit dem Wert 5 in rot und Roggen mit dem Wert 1 in grün. Wir speichern das Ganze und fertig ist unsere Pollenanzeige. Für alle, die noch mehr aus den Daten dieser JSON-Datei herausziehen möchten oder die Daten anders aufbereiten möchten, da gibt es vom Deutschen Wetterdienst auch nochmal eine Dokumentation dieser JSON-Datei. Link dazu findet ihr ebenfalls bei mir unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch nochmal genau durchlesen, wie ist der Dateiaufbau, welche Schlüsselfelder gibt es überhaupt und und und. Also, wen das interessiert, der kann hier in diese Dokumentation auch gerne nochmal einen Blick reinwerfen. Ich werde an der Stelle jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich denke mal, für die meisten sollte dieses Tutorial hier ausreichen. Alle verwendeten Codes findet ihr natürlich auch, wie immer, zum Runterladen in der Videobeschreibung. Ja, soviel zum Thema Pollendaten in Homeassistent-Anzeigen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare oder kommt gerne auch direkt mal bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, ansonsten auch nochmal oben in der Infobox zu finden. Auf unserem Discord werden täglich viele Themen rund um Homeassistent, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und 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 diskutiert. Wenn euch das also interessiert und ihr euch gerne mal austauschen möchtet, schaut einfach mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, auch direkt den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!